Unser Drink des heutigen Tages nennt sich Icebreaker und wird ganz einfach im Longdrink-Glas gerührt, gebaut und serviert. Als Basis nehmen wir unseren Iceberg Gin. Der nennt sich so, weil er hat so ein bisschen was von Gletschereisbonbons. Dieses mentholige, frische, pfefferminzige, knackig, frisch, trotzdem eine angenehme Wacholder Gin Note dabei. Für die Säure geben wir etwas Zitronen dazu. Ich möchte 2,5Cl frischen Saft haben und 2Cl Lime Cordial. Das ist also nicht so sauer wie ein Saft, nicht so süß wie ein Sirup und Zwischendick. Dann kommt schon unser Eis hinzu und hier habe ich eine frische, kalte Zitronenlimonade. Und die gießen wir jetzt hier auf. Wir rühren das Ganze einmal um. Und wir dekorieren mit einem frischen, aromatischen Minzzweig. Fertig ist der Icebreaker. Das ist dann. Untertitelung des ZDF, 2020